Ich begrüße euch zu den 1 bis 3 Minuten Videoclips hier über Star Wars Convention vom 11.04. bis zum 15.04. Diese gute Figur von Kylo, die auch mal richtig Geld gekostet, kostet mittlerweile, muss ich gucken, heute kostet sie 79,90, geht ja noch, sind nur noch zwei Stück da, also mittlerweile von 129,149, was die vorher gekostet, kostet Kylo 79,90, ja und die andere kam um die 60, also Kylo kostet im Moment immer noch 80 Euro in der Größe von Disney, ja, Elite Serie, ja, wisst ihr Bescheid, also im Moment lohnt es sich bei Amazon einzukaufen und alle die, die auf der Convention sind in Chicago werden sicherlich irgendeinen Schnapper mitbringen und vor laufender Kamera halten, ich freue mich jetzt schon eure Schnapper zu sehen. Wie gesagt, in Orlando ist ja auch demnächst der Riesen-Resort eröffnet, Anaheim weiß ich nicht, ob Anaheim jetzt auch so auch schon eröffnet ist, werden wir ja merken, was sie in der Celebration erzählen, momentan wird halt nur über die Filmdreharbeiten, über Abraham, wie er da Johnson noch einbinden musste, weil er halt eine ganz andere Story in seinem Kopf hatte und er hat ja auch nur 24 Monate Zeit zu drehen und gewisse Fehler auszubügeln, ja, also ich bin gespannt, was J.J. Abrams da geschafft hat. Untertitelung des ZDF, 2020